Musik Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dead by Daylight Heute nochmal als Killer Ich hab irgendwas gehört Achso, das ist das Pferd Oh Gott, das will in der Schrecklich-dolle Naja Heute, wie gesagt, nochmal als Killer Ich versuche jetzt mal die Aufgabe, beim Doktor loszuwerden Und zwar viermal einen Überlebenden mit der Schocktherapie treffen Dazu muss ich nur erstmal einen finden Das ist jetzt die Sache Hallo? Ist jemand zu Hause? Aha Gib es ja nicht Leute, ich muss euch nur ein bisschen schocken Danach könnt ihr auch gern gehen Ich hab kein Problem damit Dann schreibe doch nicht so Warte doch mal Das geht trotzdem, auch wenn die runterfällt Ist ja cool Ich hab mich jetzt gar nicht so Ich hab nichts, nie Warte, ich muss dich noch ein paar Mal treffen Bis denn hin? Hallo? Ja, verdammt Ich bin, die noch Und dann muss die ja mal übeldrecken oder so Hä? Aha Gibbelt ja nicht. Wer schreit denn hier immer? Sag mal. Wo denn? Sag mal, verstecken die sich im Keller, oder was? Stimmt mit euch nicht. Wo ist denn hier der Keller? Aber seid ihr besoffen? Spinner wohl. Also, ne? Im Keller rumgekämpft wird aber hier nicht. Äh, ich glaube, ich bin in der falsche Richtung. Nö, nö. Fangen wir gar nicht was an, solche Scherze. Lungern die im Keller rum. Na, komm. Äh, ich glaube, ich spinne. Ganz halt hier im Keller rumhocken. Frech halt. Halt, backen. Was hast du jetzt erfüllen? So. Na, kommen sie mal her, junger Mann. Oh, scheiße. Jetzt kommt noch mal her. Du, 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 du. Da quinkt doch schon wieder einer rum. Du kommst jetzt auch an den Haken. Nehmen wir gleich den hier. Der sieht doch wunderschön aus, oder? Guck mal hier. Ist doch nicht hübsch. So. Äh, mach doch mal. Will das nie so richtig hier. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Komm mal her. Na, warte es doch mal auf mich. Ach, was macht denn da oben nichts? Ja, das war dumm. Das war jetzt wirklich ein bisschen, ne? Also, tu mir. Okay. Sorry, bro. Dein anderes rausgegangen, kann ich nichts für. Ich hab den ja noch nicht mal, noch nicht mal einmal gehabt. Den hab ich ja jetzt aus dem Bad zu Boden bekommen. Und geht das mal direkt raus. So. Irgendwo ist sie ja jetzt hingeschlichen, die Braut. Kacke. Wo ist denn? Da. Wirklich. Mann, Mann. Als ob ich dich nicht sehe mit deinem Leuchtepulli da hinten. Ja, scheiße, ne? So. Bleib mal ein bisschen da, bitte. Bin gleich wieder hier. Aha. Da hinten flogen gerade alle rum. Hä? Nein, null. Damit hätte ich aber jetzt nicht gerechnet. Nope. Ups. Mädel, Mädel, Mädel. Nope. Oh, kacke. Mist. Ich hab gehofft, ich schaff es noch. Warte doch mal. Ich will schon noch ein bisschen kraulen. Nope. Ah, scheiße. Ich hör so doch. Wo sind denn? Hä, bin ich jetzt total bekloppt? So, überstütteln wir nicht. Eindeutig. Das ist jetzt ein bisschen doof, ne? Ja, das ist jetzt so doof. Warte doch mal. Ich will dich doch nur impfen. Ey, Kollege. Ey. Warte auf mich. Du kriegst auch einen Lolli nach der Behandlung. So. Juhu. Ich glaub, der ist dann tot. Dann hab ich ja wenigstens einen. Hey, hey, hey. Das ist toll. Oh, tschüss. Ja, ich hab zumindest einen geschafft. Nein. Nein. Gott, bitte, nein. 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 Ja, sorry, Bro. Aber das geht so nicht. Oh, nein. Ja, okay. Ich weiß, das war ein bisschen fies, aber das machen die Killer mit mir auch jedes Mal. Das sollst du mal nicht so tun. So. Oh. Tja, dann geh mal raus, lieber. Cool. Ich hab zwei. Na gut, eigentlich drei. Oh, nein. Ich wollte es... Ach, schade. Ich hab die Luke noch gehört. Ich wollte es noch zumachen. Hätte ich noch ein paar Punkte abkassieren können. Ja. Endlich. Das ist toll. Oh. Ja. Ich hab die Aufgabe endlich geschafft. Gut, dann probieren wir es gleich nochmal mit... Mit... Genau. Oh, Gott. So. Was wollte ich sagen? Wir probieren gleich noch eine Runde. Und zwar nochmal mit dem Fallensteller. Die Aufgabe mit den Fallen haben wir ja immer noch. Bis gleich. Hallöle alle zusammen. Da sind wir wieder. Junge, Junge, Junge. Ich war schon kurz davor, die Folge schon nach der ersten Runde zu beenden. Ach du Scheiße. Ich hasse diese Map. Ähm. Weil ich hab jetzt bestimmt so knappe 15 Minuten gebraucht, um... ...diese Runde hier zu starten. Ähm. Warte doch mal auf mich. Hallo. Oh, shit. Verstippt bitte nicht. Ah! Naja, gut. Ey, ich hab keine Ahnung, was das sollte. Aber macht ja nix. Wir werden jetzt einfach mal hier. So. Dann machen wir mal hier eine Falle hin. Wo war das? Da hinten. Ey, Brody! Ey, Moment. Brody! Brody! Du darfst. Bin ja auch nicht so, ne? Wui! Laufen die denn immerhin? Warum? Das ist... Was? Hä? Hä? So... Hä? Hä? Ich versteh's nicht. Es tut mir leid, aber... Es tut mir leid, aber... Ich kapier's nicht. Was das soll? Ich ver... Ich weiß es nicht. Na gut. Die werden schon ihre Gründe haben. Na nü! Also, ich hätt' ja mal gewartet, bis ich weggegangen wär. Ich mein' ja nur mal so. Also... Also, ich weiß ja nicht, ob das so ne... Palette? Ein Palettchen? Hier machen wir auch mal so ein Ding hin. Also, so als Killer an sich mit dem Fallsteller ist ja gar nicht mal so übel. Nur irgendwie will das mit dem Fall nicht so richtig hinhauern. Irgendwas mach' ich verkehrt. Irgendwas mach' ich verkehrt. Warum? Das stimmt mit dir nicht, Kind. So, irgendwie sind die Spieler ganz schön merkwürdig. Muss ich sagen. Stopp! Ja. Ist ja ein bisschen doof, ne? Ups! Wollen wir mal hier unten ein bisschen gucken. Ich würd' die Falle gern aufheben. Ah, jetzt. Aha! Ein kleiner Camper! Ein kleiner Camper! Was ist denn mit euch los? Warum zum Teufel? Ich versteh's nicht. Also, Camping ist nicht okay. Jetzt mal ganz im Ernst. Da, da versteh' ich nix Spaß nicht. Dann stopp' mal schön. Ich mach' mir noch ein paar kleine Pünktchen. So. Oh, schade. Nicht mehr geschafft. Also, was das jetzt war, kann ich nicht sagen. Was ist denn hier los? Stimmt denn mit euch nicht? Um Gottes Willen. Der eine kämpft, der andere bleibt hocken. Der andere... rennt mir ständig einfach rein ins Messer. Das ist... Das ist kaputt mit euch. Also, ich muss echt sagen, so wirklich Teamplay haben die nicht wirklich gemacht, oder? Na gut. Kann für mich ja nur eine erfolgreiche Runde sein. So an sich, ne? Aber naja. Tja. Aufgabe wieder nicht geschissen gekriegt. Irgendwie... Ich bringe... Ich bringe zwar alle um, aber irgendwie rennt keiner meine Falle rein. Das muss ich wohl nur... Irgendwie muss ich mal meine Taktik ändern. Aber egal. Ich hoffe, es hat euch ein kleines bisschen gefallen. Auch wenn das jetzt... Es war sehr ungewöhnlich, diese Runde, muss ich sagen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann!